Bei der EM geht es sportlich zu. Wir betreiben gerade Hochdachsensport, um den Triathlon und Energiewende zu schaffen. 150 Jahre ÖRG und 147 Jahre Weiland, ein Team mit viel Erfahrung. Gas bleibt ein Teil der versorgenssicheren Lösung. Das Gas von heute ist aber nicht das Gas von morgen. Die Wärmepumpe nutzt Umweltenergie in Neubau und Sanierung. Gemeinsam mit unserem Partner ÖRG liefern wir Lösungen zwischen 3 und 700 kW Heizleistung für Sie. Den Triathlon der Energiewende komplementiert neben den Themen Gas und Wärmepumpe innovative elektrische Systeme. Egal ob Strom, aus Photovoltaik oder aus dem Netz, wir brauchen ihn zum Heizen, für die Warmwasserbereitung und zum Kühlen. Seit 150 Jahren gemeinsam mit euch und auch die nächsten 150. De. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017